Hallo ihr Lieben, hier ist die Caro und für alle, die meine letzten Videos noch nicht gesehen haben, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Heute werde ich ausnahmsweise mal wieder zusammen mit euch ein Türchen hier in dem Star Stable Online Adventskalender öffnen, denn heute am 25.12. ist etwas ganz Besonderes drin. Ihr könnt es euch ja schon denken, ja das Türchen zum 25. befindet sich genau hier auf der Schabracke von dem Tinker und ihr bekommt heute 300 Star Coins von Star Stable geschenkt, also das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Frohe Weihnachten, dein heutiges Geschenk sind 300 Star Coins. Dieser Code ist bis zum 7. Januar gültig, also vergiss nicht, ihn vorher einzulösen. Alles Liebe von deinem Star Stable Team. Also wie in dem Text schon steht, die 300 Star Coins könnt ihr noch bis zum 7. Januar bekommen. Dazu müsst ihr einfach nur den Code kopieren und ihn dann in eurem Account unter Gutschein Codes einlösen und schon habt ihr die 300 Star Coins auf eurem Account gut geschrieben. Ich wünsche euch viel Spaß mit den 300 Star Coins. Ich hoffe, ihr kauft euch davon was Schönes in Star Stable. Ansonsten hoffe ich, dass ihr den Tag heute nochmal schön mit eurer Familie genießt und bis zum nächsten Mal.